Die Alkomotorsense BC410 Comfort erledigt zuverlässig Mäharbeiten überall dort, wo Sichelmäher, Balkenmäher und andere Geräte nicht mehr einsetzbar sind. Leistungsstark arbeitet sie mit 7000 Umdrehungen in der Minute bei einer Schnittbreite von 41 cm. Dank gepolstertem Schaft, gepolstertem Tragegurt mit Hüftschutz und vibrationsarmen Betrieb ermöglicht sie komfortables Mähen. Dank ihrer leichten handlichen Bauweise ist sie ideal geeignet für leichte bis mittelschwere Mäharbeiten. Auch das Auslichten von hohem Gras erledigt die Motorsense mühelos. Wie alle Alkoprodukte ist auch die BC410 Comfort auf Langlebigkeit ausgelegt. Der hochwertige Zwei-Faden-Schneidekopf sorgt für perfekte Mähergebnisse. Die Fadennachstellung erfolgt praktisch über die Tippautomatik. Nach dem Mähen lässt sie sich einfach transportieren und praktisch aufbewahren. Handlich, praktisch, zuverlässig. Die Alko Motorsense BC410 Comfort. Eine clevere Ergänzung bei der Gartenpflege. Alko. Quality for Life.